hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play minecraft obris ich habe endlich unsere golden shark die ist doch aus dem wie heißt das eigentlich crucible war ne cauldron which is cauldron ok und für unseren enchantment broom brauchen wir ein ritual welches einen altar für oder von 3000 braucht wir haben gerade mal 2172 also sollten wir uns jetzt mal dran setzen den ein bisschen zu powern ja außerdem war ich ein bisschen farmen weil wir jetzt ein paar diamanten brauchen 18 diamanten bisschen redstone also was ist bisschen so viel brauchen wir glaube ich nie und eisen ist unglaublich selten ich weiß nicht warum also viel ist es nicht so und jetzt hatte ich erst mal vor ein bisschen lava zu holen ich hatte noch ich glaube ein lava einmal haben wir noch ja gut und dafür gehen wir erst mal schlafen und dann in diese richtung ja und los europa knapp jetzt war das die nächste quelle nie war die war eine andere richtung egal wie gehen jetzt dahin jedoch war unsere 1 2 und wieder zurück ich habe überlegt also ob wir unsere base noch mal also nicht komplett abreißen aber umbauen weil wir brauchen unglaublich viel platz für victory und ich meine unser botania bereich ist auch publisch dass wir das ein bisschen besser strukturieren guck mal hier nach hinten haben wir platz also dass wir die plattform abreißen und vielleicht doch ein haus bauen und die witchery dinger müssen ja eigentlich in einem also da muss mehr gras und zum zeug drumrum sein ich weiß nicht vielleicht bauen wir das nach oben muss ich mir noch was überlegen wir machen erst mal ein bisschen hatte ich bin mein will ich haben bitte kann ich dich so ab und zwar den hier will ich den gefüllten redstone soup ok das ist kein problem ja das einzige problem wird sein drop of luck ok haben wir müssten wir eigentlich auch haben oder ja haben wir auch dann tier of goddess das geht schon das kriegen wir hin und mutandes extrem ok hier kommt das problem aber gast hier ist haben wir glaube ich eine zumindest ja eine hammer und das diamanten zeug diamanten all of vitriol quicklime das haben wir glaube ich okay das ist klar dann brauchen wir das hier unten diamanten und stelle ich mal das goldene dings wieder hin so distillerie wir brauchen drei glaube ich war 33 genau dann müssen wir noch mal hoch ein paar clay jahres holen die haben die haben hier die reichen hier haben wir doch oder das wollten wir machen dafür das und diamanten gut brauchen wir gar nicht haben wir das schon gemacht keine ahnung oder haben wir das irgendwie bekommen ich habe es vergessen so das zeug kommt hier rein dann das und ein diamant und dann geht das und ich schmeiß mal hier unten ein bisschen mit boden hier rum ich hasse diese ecke damit wir mehr gras haben was machst du hier haben wir noch ein bisschen haben wir noch ein bisschen so dann warten wir auf das ist schon fertig zwei ok und 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 eine gast hier gut die holen wir schnell ups hier und wieder runter wir brauchen wir dafür drei haben wir so gast hier und eins davon wunderbar gut achso ähm für die golden shark wollte ich noch ähm ok ähm medium oder large was ist teurer kann man die überhaupt herstellen so ähm circle sekitar ist man small ok small medium aber wir hatten medium other way ok das kann man nicht herstellen das auch nicht ich denke mal auch durch irgendwelche rituale oder was auch immer die nur ok dann nehmen wir den machen wir gerade den kann candle abra ok dafür habe ich das geholt das haben wir glaube ich noch in diamanten so dann machen wir das warte erstmal hier gucken perfekt ähm the tree mutandes extremes mutandes netherworld mutandes haben wir glaube ich nicht mehr achso warum wird das so gemacht grün ok aber dafür können wir dann redstone nutzen so gut ähm redstone und äh weiß ne grün 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 haben wir genug grün hier grau grün hier nehmen die hälfte gestern motor das weg das das und das perfekt machen wir gleich ne hand voll so das kann wieder weg das kommt hier hoch ähm und dann netherworlds eins ein oder ja ein ich hoffe das funktioniert jetzt haben wir keinen eimer verdammt da machen wir erstmal diamanten damit wir wieder einen eimer haben dafür brauchen wir ähm das hier und einen diamanten so so und den hier perfekt machen wir einen eimer warte mal fackeln ähm eins zwei drei dann machen wir den schnell den haben wir und eisen war das mal dann sehe ich den auf den ersten blick ähm hm ich sehe nicht verdammt kendela bra so den haben wir schon mal und ähm wasser füllen eins zwei drei den stellen wir gleich mal rauf zipp haben wir auch eine quest rare coins und ähm nichts was mir auffällt doch hier guck mal schön ist ja toll so man kann das wieder hoch das kommt hier hin das kommt hier hin und wo waren wir jetzt ähm bei dem so genau mutan das extremeste haben wir das ist breath of goddess und ein lapis und ein lapis so warte erstmal schlafen gehen bevor mir hier irgendwelche monster in die quere kommen so so und ähm so ich hoffe das geht jetzt das war netherworld und ein mutandes ja perfekt das haben wir so dann kommt das und das hier rein also du kommst ja hier nicht rein haha wieso kann ich dich nicht hauen das war komisch ok warum machst du warum bist du so komisch achso powert ihr auch den altar oder was ist mit euch los warum kann ich nicht angreifen das verstehe ich nicht ok und das wieder der zombie naja naja jetzt ist die spinne weg oder was was denn hier los keine ahnung so egal ok passt auf so einen Eimer ich hoffe es funktioniert 3 so jetzt die reihenfolge also mandrake netherworld tier of goddess das das mandrake habe ich ähm netherwarze ein ups war schon knapp ist hier komisch sind das die fackeln die das machen egal so stellen wir uns drauf und dann kam als erstes warte ich guck's mir nochmal an bevor ich was falsch mache mandrake netherworld das das und das ok mandrake netherworld tier of goddess refined evil und mutandes mach irgendwas bitte es passiert nichts ich warte mal ein bisschen also ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten folge und bis dahin tschüss